Vorschau Rote Rosen 24. November 2020 Er und Ben haben eine Autobahnne, die der werdende Vater gekonnt nutzt, um seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen. Andreas bekommt eine zweite Chance von Mona, auch wenn sie sehr verunsichert ist, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Sarah wird aufgrund ihrer Affäre von der Studie abgezogen und Ellen lässt ihren Frust wegen David an Simon aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017